Und dann fangen wir jetzt mit den einzelnen Artikeln an. Das erste, was jetzt kommt, ist der Flashbang. Das ist ein... Genau. Genau das ist das. Also ein Knall, ein Schuss, ein Euro für den Anfang, für den Feuerwerk zu starten, für den Feuerwerk zu enden, für Signal zu geben und sowas. Das, was wir jetzt sehen, ist ein bunter Vulkan. Die Vulkaner dauern 60 Sekunden. Auch dazu, die fangen ein bisschen langsam an, aber Sie werden gleich sehen, der wird eigentlich immer größer und größer und größer. Da kannst du ihn wirklich halten. Ja. 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 Ja, gott's? Ja. Ja. Ja, das ist klar. Was man jetzt aus der Entfernung vielleicht nicht richtig sieht, aber die werden bis 5 Meter hoch. Ja, doch, jetzt kann ich glaube ich sagen. Der bunte Vulkan, für diejenigen, die es gerne ein bisschen einfarbiger hätten, den gibt es auch im Silber. Ich mag alle gerne. 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 Ja, ich mag alle gerne. Ja, ich mag alle gerne. 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 53, das ist jetzt 4, ja, ja. Hast du doch kein Tor schießen? So, das war der Topf im Tarn. So, das war der Topf im Tarn. Vor der Topf im Gold. Und als nächstes das Ganze im Bund. Die kosten 3 Euro. Und wir kommen jetzt zur Bloody Mary Nummer 7. 25 Sekunden für 6 Euro. Die gute Bloody Mary. 12 Stück hab ich. 12 Stück Silvester. Bloody Mary. Den hab ich noch gehabt, die Paui. 1, 2, 3, dann und 6 dann. 1, 2, 3, dann und 6 dann. 1, 2, 3, dann und 6 dann. Gesteigert. Ja, ja. Ja. Okay, und als nächstes sehen wir den Nummer 8. Den Crash. Wie ist der? Thunder. Das war der Crash gewesen. Als nächstes sehen sie den Aquila. Der dauert ein bisschen länger, da kann ich vielleicht noch mal ganz kurz was zu unserem Zettel sagen, den sie vielleicht in den Händen halten. Wir haben ihnen die Möglichkeit gelassen, eine Bewertung abzugeben, damit sie sich vielleicht nachher ein bisschen besser daran erinnern können, was ihnen gut gefallen hat oder vielleicht nicht so gut gefallen hat. Mit den Lackgesichtern und Smileys, die sie oben sehen. Vielleicht einfach die mal benutzen und ankreuzen. Dann fällt es euch ein bisschen leichter zum Schluss die Sachen zu bestellen. Das Gold ist schön, ne? Da drin. Und der Cannonball als nächstes. 손 seit 1 und 1 blö Trung 3 4 Kommen damals in die